Hallo und herzlich willkommen bei Reddog Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Merge Dragons. Ich habe das Spiel schon mal gespielt und es waren ja mal drei Sachen zusammenziehen sowie die drei Sachen hier zusammenziehen. Ja, ich habe gar keinen Sound. Sound ist an. Aber das sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Ja. 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 Gibt mir noch ein Herz Okay, jetzt aber Perfekt Der kommt da hinten rein Ja, ich mach ja schon Bisschen Essen für den Drachen Herzlichen Glückwunsch Okay Ah, den muss man kaputt machen Meine Damen und Herren Ich sagte, ich habe mich schon Eins darum, die durch die Hände Die Hände Die Hände Und dann Die Hände Ja, ich wollte doch die Blume nehmen, nicht den Drachen. Stellen wir mal die Bäume hier weg, die sind da oben in dem Weg. Okay, dann haben wir diese Blume, und dann haben wir diese Blume. Kein Drache verfügbar. Aber hier, da ist einer. Ach Mensch, ich brauche wieder drei Stück davon. Ach ja, wir laden das Level. Dann laden wir mal. Schau mal. Ich muss jetzt mal weiter machen, oder geht das so? Okay. Dann packen wir den da hin. Und... So, das Ganze habe ich schon mal gespielt. Diese hier. Das davor kannte ich leider noch nicht. Also die Einführung war bei mir, vor einem Jahr, wo ich das gespielt hatte, glaube ich, noch ein bisschen anders. Oh ja, heiß so. jetzt bin ich wieder hier ich soll drei Eier kaufen so habe ich das verstanden zumindest ja da ist ein Stern war bestimmt ein bisschen zu früh ja schauen wo kann ich was mit machen hier mit der erste Drachen geht schon wieder weg das packen wir mal da hin oh ja guck mal jetzt habe ich drei große Münzen schau mal kurz ich habe die Daily schon abgeschlossen jetzt spiel nochmal ein zwei Minuten weiter ok dran sind jetzt alle wieder am schlafen ich habe jetzt hier noch grünes Ei ein rotes Ei packe ich mal hier nach ganz unten eine große Pflanze fehlt mir noch sonst kann ich auch nichts machen das 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 dann noch die andere und dann kommt das raus na gut also vier Sterne habe ich schon mal das 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 da das 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 Müller. Leier. Okay, fertig. Good, good, good. Level vollendet. Noch ein machen. Ich möchte gerne sehen was da oben aus der Turbos kommt wenn ich die fertig habe. Da haben wir was. Ah, schade. Da. Ein großes Herz. Herz rüber stellen, äh Herzpflanz rüber stellen. Oh, wer ist mit denen hier? Sonst hätte ich ja schon die Statue frei gehabt. Das wollen wir ja nicht. Das wäre ja zu schnell gewesen. Naja, okay, aber es ist auch frei. Ja. Okay. Jetzt fangen wir mal die Truhe auf. Und mein 3 Stunden erst verjagen. Okay, jetzt machen wir hier ein Hauptstartziel. Da ist die Truhe. 3 Stunden dauert es bis es auf ist. Kann ich sie nicht für's rückstellen? Nein, natürlich nicht. Ein großes Herz. Ich probiere mal eine Nummer größer zu machen wie das lilanes Herz. Und ich hoffe das Spiel kommt morgen nicht noch mal dran. Ja. Ah, da. Genau. Wie mein kleines Herz. Genau. Dankeschön. Und jetzt probieren wir mal aus. Ein ganz großes Herz. Wow. Und das benutzen wir jetzt mal. Shane. Ja. Und jetzt tue ich das mal an. Was ist das alles? mir fehlt noch eine münze es geht noch weiter bis level 9 das herz ja sonst jetzt muss ich ja schon warten bis die ganzen herzen wir zusammentragen die drachen dann werden sie schlafen gehen und wenn sie schlafen dann kommt das nächste level aber ich glaube ich sollte die silberne münze zusammen tragen drei stück hier ah aber die meinen das und was ist da noch öffne lottops lottops die plume habe ich schon alle vorher weg gemacht und und ich würde sagen das war es für heute ich könnte es auch die nächste runde spielen aber verlassen so 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 ich würde jetzt mal sagen danke schön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten wieder dabei seid bis dahin wünsche euch viel spaß